So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Scheiße, jetzt habe ich das Spiel vergessen. Ich komme immer auf Dead by Daylight. Mit dabei ist der Endic, der wird mir jetzt helfen. Dein Light, meine Lieben. Danke. Dein Light. Genau, wir sind hier mitten in der Nacht. Ich werde hier ein bisschen plündern und wir gehen Richtung Mission. Da wäre aber nichts zum Plündern gefunden. Ich denke auch, wir werden über die Däche gehen. Da sind sie, glaube ich, nicht so. Gehen wir am Boden herum. Oh, ich bin gleich im Arsch. Schon? Ich komme da nicht drauf. Das ist eigentlich ganz gut. Ich habe noch nicht viel zum Plündern gefunden. Oh, da war nur ein Video schon. Ich habe dich gehört. Oh mein Gott. Ich entkomme da gerade. Oh, Apothekerzeichen. Der rennt, glaube ich, zu dir. Pharmacy. Na, rennt einfach nur. Ich bin in einer Apotheke drinnen jetzt. Das ist geil. Ja, Alkohol. Da ist Alkohol. Wir haben uns so über Alkohol gefreut wie in dem Spiel. Das ist ein Hackel. Das ist ein Hackel. Das ist ein Aperdicke, Carsten. Oh, nochmal Alkohol. Das wird jetzt, glaube ich, herkommen. Das ist sicher für dich auch drinnen. ich komme dauert aber bei mir sind genau zwei unten wo bist du da du kannst du reingehen unten kannst du weiter blühen ich schau jetzt ob da im nebenraum noch was ist ja dreimal alkohol ich dachte kriegt mir so selten also insgesamt jetzt siehst du mich jetzt naja ich habe den wegpunkt gemacht was ich dumm finde ich habe etwas unabsichtlich ausgelöst das wollte ich nicht und das kannst du nicht zurücknehmen läuft das ist da gerade unter mir das ist genau bei mir vorbeigegangen so lange du dich wirklich rückfallst geht das ich frage mich noch wie ich da jetzt wegkommen soll ich habe da drei oder noch eine apotheke scheiß die waren dann in den eiskästen kaffee echt ok baklava baklava was ist ah da ist das versteck von uns das ist das bahnhoffsgelände ja 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 wendigkeitsstufe neue wendigkeitsstufe neue wendigkeitsstufe 6 Nix. Geil! Was denn? Ich habe ein Polizeiauto geknackt und habe 300 Dollar gefunden. Das ist gut. Jetzt ist schon wieder ganz hell, gell? Jetzt sind die Monster weg eigentlich, die Horten. Ja. Ja. Oh! Da kämpfen wir mich nicht mehr nachts, habe ich festgestellt, aber sonst geht ja... Weiter! Okay, das sollte ich lassen. Das war jetzt ein Fail. Wo du hängernbleiben bist. Aber es flackert da drinnen so. Oh, da scheint es was zu geben. Nägel. Oh, da bin ich nur. Da kamen wir über den Zombies. Oh, machst du Spaß? Dann muss man Schloss knacken. Jetzt haben wir echt Hilfe gebrauchen, ich sag's nicht. Äh, wir sollten hier weg vielleicht. Da ist eine Leiter. Ja. Du, das sind zu viele. Ja, jetzt schon. Genau, verpassen. Oh. 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 Wollt ihr nicht reparieren mit ... äh ... ... Dreik? Ja, oh ja, aber ich hab nicht so viel Material mehr. Ich muss mal überrennen. Oh ... 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 Da war's ein bisschen ... Oh ... Nicht so tief ... Oh ... Dann sehe ich was von uns. Oh ... Nee ... Manchmal verstehe ich ihn nicht. Was? Manchmal kann er wo aufhüpfen, wo ich denke, er reicht das nicht. Und dann gibt es Stellen, wo ich denke, warum erreichst du das nicht. Und es ist zwei Zentimeter übrig. Jesus Christ! Das sind ein bisschen viele. Ja. Bist du ganz oben? Oh ja, war ganz oben. Ich bin runtergefallen. Besser gesagt, ich bin eher geflüchtet nach unten. Oh ja! Ganz her! Wie kommt man da rauf? Klettern. Ja schon, aber... Ich denke, er ist auf der Schock. Und da auf der. Oh, du bist es, du! Ah, da ist der Leiter. Da ist er ur ruhig. Danke. Ah ja, kennst du das schon? Schau mal. Da habe ich nicht gewusst, wie ich mich festhalte. Einfach halten. Ah, da. Das haben wir jetzt aber nicht gesichert, oder? Oh, das sehe ich aus. Oh? Oh ja. Das sind zwei richtig fette. Mich würde interessieren, wenn man die tut, oder was man da kriegt. Hinter uns kommen aber auch Anträge. Ich freue mich, ich will sie eh nicht töten. Ich würde kompressieren, wie das... Oh, sie kommen. Wo ist denn dieser? Ist das der vor allem du machst? Karin, bin bei der ersten Antenne. Wenn der Strom nicht an ist, musst du ihn anstellen. In dem Schuppen am Fuß der Antenne müsste ein Schalter sein. Oh, da ist auch so ein fetter. Einer lenkt ihn ab, der andere geht. Okay. 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 Was zum Teufel! Ja. Ich schreie, weil dieser völlig irre infizierte, den das Gedärm aus dem Maulbaum mit mit giftigem Schleim beguckt hat. Oh. Oh, jetzt ist er unten. Ja, Lama Lager geht los. Was ist bei dir? Ich nehme mal an, wir müssen da rauf, hoffe ich. Na, wir müssen da unten in das Türrand. Ich bin da rauf gegangen. Ja, unten in den... Da haben wir jetzt nur zwei Datengruppen und dann ist er gekommen. Oh mein Gott, wie komme ich dazu und so wieder? Oh! Ich habe nicht gedacht, dass er da steht. In welche Tür denn? Da, in so einer Garagentür. Steht eh dort. Oh mein Gott. Was sind wir da jetzt einkommen? Nein, gell? Nein, weil der dann auch was geschont hat. Der jetzt abbringt. Wow! So! Dann sollte man vielleicht, hm? Ja, aber wie? Ich hoffe, er kann das jetzt. Ablenken. Warte. Du kannst ja nicht ablenken. Komm! Komm jetzt, 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 jetzt! Komm, 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 komm! Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tod oder was? Oh mein Gott. Was war das? Ein Fass ist explodiert. Ja, aber wie hast du es gemacht, dass es explodiert? Ich habe so, dass du diese, diese Ablenkungskörper hingeschmissen. Anscheinend explodiert das Fass da. Oh, ich bin so tot. Hast du es aktiviert? Nein. 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 Was? Der Saft fließt wieder. Oh, der Saft, der Große! Und jetzt tot zur Spitze! Oh, okay, doch. Jetzt. Da ist sowas am Ablenkungsdinges hingelegt. Und das dürfte es entzunken haben. Oh, machst du Spaß? Ich glaube, der ist unbesiegbar, oder? Ich glaube, der ist unbesiegbar, oder? Ich glaube, der ist unbesiegbar, oder? Ja. otros geht's zu lassen. Okay, mal überlegen, mal ganz ruhig überlegen, wo geht's da weiter. Was ist hier drin? Ah, jetzt. Ich habe jetzt nur ein bisschen gebraucht, bis ich weiter gefunden habe. Jetzt bin ich wieder... Ah, ich fahre mich da. Zwar bin ich runtergekommen, aber... Bin tot, bin verbrannt. Das ist ein harte Typ, Alter. Ah, da kann ich draufklettern. Hast du aktiviert? Nein, das kann ich nicht. Ich bin doch nicht da oben. Ist doch so weit, irgendwie. Zwei mal Glück gehabt. Also brauchst du Hilfe, hast du's. Ich weiß da jetzt zwar nicht weiter im Moment, aber... Was willst du mal? Entweder bleib unten oder ich komm auf. Ah, ich hab's schon wieder. Da würde ich unten bleiben. Okay, bleib unten. Okay, bleib unten. Oh mein Gott! Was? Was? Oh, macht das Spaß? Was? Ah, da ist der Transmitter. Da ist der Transmitter. Und da kannst du runter springen, wo ich stehe. Durch die Humildrecke. Auch die Humildrecke. Oh, scheiße. Karim! Jemand hat das Ding bereits ausgeschlachtet. Hier gibt es nichts mehr anzuschalten. Scheiße! Hatte ich befürchtet. Na ja, dann weiter zum nächsten Mast. Das ist nicht weit. Da muss ich stehen. Nimm die Saarroche und die Richtung Osten. Da ist er. Ah, oder? Saarroche. Ja, dann nimm die Saarroche und ich geh unten. Da hab ich aber keine Anzeige. Ah, oh ja. Ich nehm die Saarroche lieber. Ja, passt. Ja, Leute. Mit diesen Ereignissen werden wir hier die Folge beenden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's uns gut. Ciao. Ciao.